Also ich werde ja immer wieder gefragt, was ich so mache, was genau ich mache. Ein Teil davon ist Quantenheilung und dafür interessieren sich auch recht viele von euch, habe ich mitbekommen. Ich biete selber zurzeit gar keine Quantenheilungsseminare an, in denen man das lernen kann. Aber für die, die es interessiert, habe ich jetzt einen Tipp für euch, wo ihr Quantenheilung am besten lernen könnt. Dort habe ich es nämlich auch gelernt und zwar bei dem Armin Burkhardt. Und seine Webseite, die werde ich euch mal in die Kommentare schreiben irgendwo. Also wen das interessiert, einfach mal in die Kommentare gucken und dann seine Webseite besuchen. So ein Quantenheilungsseminar, das geht zwei Tage, ist recht intensiv, muss ich sagen. Aber ihr bekommt echt die beste Information, meiner Meinung nach, die ihr in Deutschland bekommen könnt, was die Quantenheilung angeht. Das sind verschiedene Module, die ihr durchgeht, zwei Tage komplett durch. Ihr seid danach sehr platt, aber ihr könnt euch danach selber behandeln und ihr könnt andere behandeln. Was ist mit der Quantenheilung möglich? So ziemlich alles. Also alles, eure Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, ob es nun geistige Blockaden sind, emotionale Blockaden, Glaubenssätze, auch Sachen Richtung Finanzen zum Beispiel. Wo bin ich da blockiert, dass ich vielleicht nicht weiterkomme im Leben? Physische Leiden, wirklich mit der Quantenheilung kann man so ziemlich viel erreichen und auch in recht kurzer Zeit. Also wen es interessiert, wie gesagt, schaut mal in die Kommentare. Da schreibe ich euch die Webseite von dem lieben Armin und dann könnt ihr euch gerne selber ein Bild machen. Da schreibe ich euch mal in die Kommentare. Untertitelung des ZDF, 2020